Intro Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit dem Tenji von Synops Kanal Und wir rennen auch gleich los, irgendwas weltbewegendes wird uns jetzt erwarten Denn ein Nobelpreisträger hat diesen Test entworfen, angeblich Also das muss ja was Gutes sein Guck mich nicht so an Testraum 17 ist das Was gibt es hier? Gibt es Laser? Ja, Luftbrücken, also so eine Sonnenschein-Lichtbrücken heißen die Und ein Würfel, noch mehr nicht Ist ja gar nicht so viel So, wenn ich hier drauf drücke, passiert folgendes Die Tür geht auf Ah, das ist ja klasse Die Tür geht einfach auf, gut Als erstes holen wir uns den Würfel Der auch, übrigens auch den Laser Einfach mal Okay Das war ja schon relativ einfach Aber ich hab das Gefühl, es wird nicht so einfach bleiben Ah Ja Das war dumm Wir schauen mal, wo es hier hingeht Und hüpf Hm Ah Das ist der Laser Der Laser muss unterbrochen sein Ah, okay Da hab ich schon ungefähr Eine ungefähre Idee So So Und jetzt Lass den Zauber beginnen Tada Ich hätte du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen Falsch Wir gehen direkt darauf zu Nach all den Jahren Bei den Gedanken kommen mir die Tränen Ja, da freut sie sich Bis ich dich am Ende doch töten werde Hoffentlich Diesmal richtig Ja, das ist nur Das lag nur an diesem kleinen Dummen Äh Roboter Kopf Sag ich mal So Die Überraschung Ah Jetzt wird es ja richtig interessant Na, mal schauen Oh Ja, muss ich da jetzt rein Oh Ja, Überraschung Ach, die zwei Menschen Meint sie Meine Eltern Aber ich glaube die Hä Ich dachte das ist eine Scheibe Das ist gar keine Scheibe Oder wie Oh, das ist gar keine Scheibe Na gut Ähm Dann Schauen wir mal Was wir hier machen müssen Da gibt es einen Würfel Ich spring einfach mal runter So Also Hier haben wir Ein Laser Mit dem können wir Den da hinten wahrscheinlich Irgendwann mal wegballern Das wäre sehr cool So Mit Orange Kann ich also eine Brücke bilden So zum Beispiel Oder So Was mir aber allerdings Noch nicht viel bringt Na gut Ich kann da rüber laufen Da ist ja alles Wasser Anscheinend da unten Okay Dann bringt das schon ein bisschen was Das ist Gehe ich mal hier hin Da bin ich wenigstens hinter dem Teil So Wo kommt es raus Da kommt es raus Und es Oh Ah Coole Sache Das heißt Ich versuche Das mal irgendwie Das ist echt eine gute Frage Moment Ja ich Mein Gehirn versucht wieder Irgendwas zu kreieren Aber es ist zu schlecht dazu Ich habe jetzt hier eine Brücke Dann habe ich hier eine Brücke Das ist auch schon mal Sehr schön Aber ich bräuchte eigentlich Da So bräuchte ich das Und hüpf Sehr schön Boah So du Du Stück da hinten Ich werde dich gleich abballern So du wärst jetzt hier Lauf Lauf Bevor es nicht wegballert Lauf Lauf So Das kannst du was erleben Du Dreckvier Drenner Gut Jetzt haben wir das Wenigstens schon mal geschaffen Und jetzt müssen wir uns um die Laser kümmern Denn die müssen jetzt nämlich hier komplett Durch alle anscheinend durch So Da geht es durch Dann da hin So Das heißt da lang Und ja das ist doch nicht so schwer Also Du wirst ungefähr Hier sein Und der andere muss sich noch drehen Dann klappt das schon Und ist ja dann doch nicht so schwer Wie ich eigentlich ursprünglich gedacht habe Aber naja Man kann ja nicht alles haben Ja Natürlich ist da ein bisschen falsch gedreht Der Würfel Das war so doch noch mal ran Ja So Ich habe ein komisches Gefühl Wegen der Überraschung Wir sollten besser deine Eltern anrufen Okay Die Eltern die sie anrufen möchten Lieben sie mich Liegen sie auch Oh Mann ey Traurig Aber eindrucksvoll Ach Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft Ach Kladus Halt doch dein Maul Das gibt es ja gar nicht Ey Ah das gibt es ja gar nicht Die versucht mich Die versucht mich die ganze Zeit zu verletzen Das ist ja so krass Oh Mann Kladus Du bist toll Möchtest du nicht mit mir zusammenarbeiten Mit deinem Witz und meiner Intelligenz Hey wie geht's Ich hab mich wieder in die alte Nanobotriege eingeschleust Die den Schacht neu aufbaut Die sind winzig klein darum Oh ich weiß Jerry Nein ich mach grad Pause Kumpel Pause Ah Halte durch nur noch 5 Was Jerry Du kannst mich deswegen nicht feuern Jerry Wenn deine Leute nicht so engstirnig wären Würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren Intolerantes Park Wir sehen uns vor Gericht wieder Und du Halte durch Noch 5 Kammern Noch 5 Kammern durchhalten Das schaff mal Das schaff mal Komm Wenn der Ladebildschirm nicht da wäre Ich hab's grad so Elan Die nächste Kammer zu machen Und jetzt ist der Ladebildschirm Und dann sinkt mein Elan wieder Du kennst doch die alte Formel Komödie ist Tragödie plus Zeit Und du hast ewig lange geschlafen Also ist es sogar ziemlich komisch Wenn du es ausrechnest Gut Dann kann man 19 Oh hier gibt's ja alles mögliche Und wir könnten zerschossen werden Wenn wir Pech haben Da hinten stehen auch die schon die schießwütigen Da haben wir ein Laserumlenkgerät Und hier haben wir ein Laserumwandlengerät Ich möchte ja jetzt erstes mal Diese laserschießwütigen Typen da wegbekommen Aber ich muss erst mal da hinkommen Ah Ja das war jetzt sehr doof von mir So Hui Wo ist eigentlich der Laser Ohne Laser kann ich ja eh nicht rumschießen Ach der ist da hinten Oh mein Gott Tja da waren sie weg Gut Oh Gott hier gibt's ja so viel Hier ist so viel zu entdecken Mal gucken was es da oben gibt Abgesehen von dem fetten Laser An dem ich nicht reinspringen möchte Ja hier gibt's nur einen fetten Laser Den muss ich dann umlenken Mit meinem fetten Umlenklaserumlenkgerät Dann dahin Und das schießt dann dahin vielleicht Ich weiß es nicht Warum sind da zwei Punkte Und da ist nur ein Punkt Und so weiter und so fort Sehr interessant Sehr interessant So Und hüpf Wo komme ich denn da jetzt überhaupt hoch irgendwie Ich glaub ja irgendwie nicht Da vielleicht an der kleinen Ecke Hm Gut Gucken wir erstmal weiter Hier haben wir sogar was zum Jumpen Oh Das ist cool Ja Äh schön Da kann ich mich bestimmt noch krasser irgendwo hin Katapultieren Das ist denn wenn ich mal die anderen Sprung Die anderen Sprungdinger nehme Oder sind das Ach es sind drei Stück auf einmal Damit die mich überhaupt so weit schleudern können Denn wir erinnern Wir erinnern uns Denn ich bin ja dick So Was brauche ich denn Das orangene Ding Muss ich dann irgendwann Ne Warte mal Äh Das blaue Ich muss das blaue werfen Bevor ich Warte mal Das geht doch gar nicht Ich muss da ja drauf gehen Das verstehe ich nicht Also das Problem ist Wenn ich jetzt hier hingehe kann Werde ich ja nicht irgendwo hingeschleudert Obwohl doch Ich kann es doch so machen Ah Ist er runtergefallen Nein natürlich nicht Ja Fehl 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 Nochmal Gut Nee doch Der ist weg Ach da ist der So Das heißt Da kann ich was dran machen Ja Sehr schön Dann werde ich das Auch so machen Oh Ja das war jetzt doof So Also erstmal nochmal jumpen So Äh Äh Ich frage Ich frage mich gerade Wenn ich dann da drübe Warte mal Entschuldigung Entschuldigung Wenn ich es denn schaffe Wenn ich es denn schaffe So Eigentlich muss ich ja bloß So hier machen Oh Von oben runterspringen Können Total Total auf dem Schlauch Ich habe echt keine Ahnung Vielleicht einfach mitnehmen Jetzt So kann ich es denn einfach mitnehmen Kurz bevor ich da hinfalle Ich möchte aber bezweifeln Und du gehst jetzt erstmal die Leute abschießen Au Das brennt Ja Ja Gut Alle sind die tot Dann dahin Jetzt soll ich bloß noch da rüber kommen Ah ok Und dann gibt es jetzt eine Blattform Die uns ermöglicht Dann da rüber zu jumpen Ich muss noch aufpassen Dass ich mich nicht zerleser Ach nein Oh das war falsch Ach ich Idiot Ja Ich muss doch eigentlich nur das blaue wegschießen Gut Dann aber jetzt Jetzt haben wir es geschafft Jetzt haben wir es geschafft Juhu Und dann jump mal rüber Oh jetzt wäre ich was reingefallen Das wäre jetzt echt peinlich gewesen Das wäre richtig Ich habe über unsere Situation nachgedacht Und die optimale Lösung für einen von uns gefunden Ja für dich wahrscheinlich Also Ich glaube das war es schon wieder für diesen Part Dann werde ich jetzt hier abspeichern Und auch erstmal meine Aufnahmesession beenden Und wir sehen uns aber trotzdem gleich im nächsten Part Dann wieder Bei Portal 2 Mit mir dem Tenchi Bis dann Tschüss Heiiiiiii Iं Like Oiser Stupid Die 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 Die